Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clash of Clans. Im Hintergrund seht ihr so ein bisschen meine allererste Farming, meine allererste Farming Session mal wieder nach diesem neuen Patch und seitdem ich halt wieder angefangen habe zu spielen. Und ihr seht, dass ich hier gleich schon am Anfang direkt einen richtig dicken Fisch an Land gezogen hatte, allerdings bin ich an den Großteil glaube ich nicht rangekommen, an das Gold und so weiter. Oder komme ich da noch an, ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon ein, zwei Tage her, halt da wo ich das letzte Mal gefarmt hatte, kurz vor dem Ausbau von TH10, doch ich komme noch an relativ viel ran. Und ich wollte mal wieder so ein bisschen was reden, so ein Farming-Part mal wieder zeigen, um über ein bisschen was reden, wo ich sonst das wahrscheinlich im normalen Clash of Clans-Part vergesse. Und zwar wollte ich heute eigentlich mal so ein bisschen meine Pläne für die Zukunft mit dem Dorf besprechen, also was ich jetzt so vorhabe, was zu machen und so weiter. Aktuell bin ich ja dabei TH10 auszubauen, dauert noch etwa acht Tage und das ist dann mal ein bisschen das, acht Tage, da haben wir den 1,7, 27. glaube ich. Und dann bin ich TH10 und kann so viel Neues bauen, ich weiß ehrlich gesagt, was ich alles Neues bauen kann, aber ich kann auf jeden Fall eine ganze Menge machen und diese 357.000 Gold, 1260.de gehabt und ich habe hier halt immer wieder die ganzen Ausschnitte von dem Ganzen, also wirklich eine einzige Farming Session gesehen, ihr seht unten rechts die Uhrzeit. Ähm, ab wann immer die, die, oder wie lange ich gesucht, oder wie kurz ich gesucht habe, um wieder was Neues zu finden. Ähm, okay, wie gesagt, TH10 ist ja bald ready, dann kann ich so viel bauen, gerade Inferno-Türme, Inferno-Türme wird das allererste sein, was ich bauen werde, weil es ist unheimlich wichtig, Inferno-Türme direkt auf TH10 zu haben. Jemanden anzugreifen, der Inferno-Türme hat, ist ziemlich risky, gerade, ähm, ich werde die ganze Zeit aktuell wirklich nur immer jedes Mal von Riesen zerstört. Also wenn der Gegner sieht, ey, guck mal, der hat ja keine Inferno-Türme, Riesen, Heilzauber, easy going, ist komplett drauf, zerstört 100%, das ist auch wirklich so, weil Riesen wird enorm stark. Ähm, und da sind die Inferno-Türme natürlich ganz cool, ich glaube, die haben auch so einen Heilungsverhinderungseffekt, oder? Wenn die Inferno-Türme angreifen, verhindern die, glaube ich, die Heilung, und das ist auch sehr, 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 sehr praktisch, ähm, weil die dann halt nutzlos sind. Also ich glaube, das war früher mal so gewesen, oder stand einfach nur so da, ich glaube, das war einfach so gewesen, hab halt Inferno-Türme noch nie gehabt. Ähm, ja, also, wie gesagt, Inferno-Türme ist das allererste, was ich upgraden werde, danach, ja, also nebenbei natürlich noch, ich glaube, Sammler und so weiter kann man auch wieder bauen, so Level 1 und so weiter, die werde ich dann natürlich parallel ausbauen, ich habe ja 5 Bauarbeiter, wobei aktuell, glaube ich, nur 4, weil man über Banken nicht ausbaut, für irgendwie 55.000.de, aber ich mache auch aktuell halt auch keine CKs, deswegen mit, ähm, also die nächsten CKs sind dann erstmal ohne mich, also wenn Darks Army wieder verliehen, hihihi, ähm, nein, werden sie schon hingegen, und, ja, deswegen, das ist schon, ich freue mich wirklich auf TH10, ich habe jetzt wirklich monatelang auf TH9 rumgestanden, ich würde jetzt gerne mal gucken, äh, wann die Folge kam mit 3009, hatte ich bestimmt irgendwo mal als Titel genommen gehabt, ähm, dann schauen wir mal, wann das Video kam, Und da bin ich jetzt natürlich schon eine ganze Weile, also ich würde sicherlich sagen, halbes Jahr, oh, schon länger als das, 27.12.2014, ich bin schon so lange geclash of clans, tatsächlich, ich habe ja so lange Pause gemacht, oh Gott, ich habe dachte, ich habe ja dieses Jahr angefangen, nee, 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 ich glaube letztes Jahr, stimmt, letztes Mal habe ich aber auch zum Silvester stream Clash of Clans gestreamt, glaube ich, bei einem Freund, ähm, Also, ich bin seit einem Jahr, boah, das, das wäre doch, wow, ernsthaft, Leute, guckt euch mal an, in 8 Tagen ist es fertig, am 27.12.2015, und ich bin am 27.12.2014, Rathaus 9, zumindest habe ich es da ausgebaut, zumindest ist der Titel, also ist Rathaus 9 fertig, ähm, hihihi, das ist ja cool, ein Jahr lang habe ich auf Rathaus 9 verbracht, natürlich großteils, äh, Mauernfarmen und Inaktivität, weil ich einfach keine Lust auf das Spiel hatte, aktuell macht es mir auch wieder Spaß, muss ich ehrlich gesagt gestehen, mal gucken, wie lange, schauen wir mal, lassen wir es mal überraschen, ähm, also, nach einem Jahr Rathaus 9 bin ich wirklich froh, auf Rathaus 10, jetzt zu sein, es gibt es ja mittlerweile schon Rathaus 11, das heißt, ich brauche da wahrscheinlich auch wieder ein halbes, dreiviertel oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr, um Rathaus 10 zu maximieren, wobei ich das eher gar nicht glaube, weil Rathaus 10 kann man, glaube ich, nicht so viel Neues machen, also man kann ein bisschen was Farben, Armeelager, weiß nicht, man kann ein bisschen die Bogenschützen schon mal aus, man so viel ist das ehrlich gesagt gar nicht, also ich denke, so ein halbes Jahr, ihr könnt ja gerne mal abschätzen, wie lange brauche ich, bis ich Rathaus 10 max bin, ohne Mauern, und nur die wichtigsten Forschungen, das heißt, Pekka, also, okay, so gesehen, alle Forschungen außer halt wirklich diese komischen DE-Zauber, ich finde, die kosten zu viel, und naja, gut, ähm, heißt also, was, was denkt ihr, wie lange brauche ich, um alle Gebäude von Rathaus 10 Maximum zu bekommen, gebt euren Tipp ab, schreibt ihn in die Kommentare, und wir werden das dann, ähm, wir werden das dann, sobald ich Rathaus 10 Maximum habe, noch einmal rückblickend beobachten, und dann schauen wir uns das einfach mal an, auf jeden Fall was Interessantes, das habe ich vorher nicht gedacht gehabt, aber ja, ja, das ist einfach spontan so ein, so, so kleinen, so einen kleinen Spekulierwettbewerb sozusagen, ja, ihr seht, guckt mal, was ich hier für Leute angreife, das ist alles in der Nacht gewesen, von, ich glaube, von, von Samstag auf Sonntag war das gewesen, ähm, Clash of Clans Forecast sagt eigentlich, das soll gar nicht so gut sein, aber anscheinend habe ich doch was ganz Gutes bekommen, 6400 DE, äh, ich habe, glaube ich, die Bohrer noch angegriffen, alle, die beiden, ne, wobei, ich glaube, die linken, den linken Bohrer habe ich, glaube ich, nicht angegriffen, weil ich da keine Einheiten mehr für hatte, aber ich glaube, der rechte Bohrer hat mir aber auch genug gebracht, ich meine, das sind, äh, 1000, 1400 DE gewesen, aber für mit allem Bohrer, das ist schon ziemlich nice gewesen, ähm, ja, also, was, also, eigentlich ist das, das alles gewesen, was ich sagen wollte, das erste, was ich über Rathos 10 mache, ist Infernetürme, äh, das ist so die Zukunft von meinem Dorf, ähm, ich versuche natürlich parallel, aber die Helden mit auszubauen, aber das ist gar nicht so schwierig, gerade, wenn ich die ganze Zeit angegriffen werde, aber das ist hoffentlich dann bald Vergangenheit, sobald ich Rathos 10 bin, ist es halt natürlich für die Leute unattraktiver, ähm, mich anzugreifen, wenn ich Infernetürme habe, das ist dann wesentlich schwieriger, und da bin ich ja nochmal gespannt, ob ich dann immer noch von Riesen überrannt werde, oder ob das dann endgültig ist, mal ein Ende hat, weil Riesen sind immer wirklich ein Todfeind, jeder Base, weil die einfach so mega tanky werden, und mit dem Haie Zauber einfach unbesiegbar, da kannst du 1000 Riesenbomben aufballern, die stehen immer noch da, ähm, 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 ja, ansonsten, äh, zum CK, so der Stand aktuell, muss ich sagen, läuft extrem gut, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir relativ wenige sind, und die CKs mit, äh, extrem vollen Klänen, äh, sind natürlich immer wesentlich höheres Niveau, als nur so kleinere Kläne, die gegeneinander kämpfen, meistens immer so 10, 15, maximal 20 Leute, habe ich bisher, glaube ich, gesehen gehabt, also maximal immer so 15, äh, 10, die letzten CKs, und das ist natürlich wesentlich einfacher, ähm, es ist halt nicht als, nicht so allzu die Megasucht, die ist als Gegner, weißt du, da, da muss man nicht allzu viel, ähm, muss man nicht allzu sehr stark sein selber, damit man auch die Gegner mal besiegen kann, dass man halbwegs wirklich stark, äh, äh, normale Gegner bekommt, weil die meisten Gegner wirklich scheiße sind und einfach mal alles Maximum haben, und, äh, die Balance dort halt auch nicht so super toll ist. Ja, also ihr seht meine Farming Session, ich habe auch nebenbei, glaube ich, immer die Bomben und so weiter ausgebaut, deswegen habe ich dann immer wieder ein bisschen Gold verloren und so weiter, und, äh, natürlich Mauern für eine Million Alexia, ähm, aber das war meine, ein paar Minuten meiner ersten Farming Session, ich habe daraus noch zwei Parts weitere gemacht, wo ich dann halt, ähm, ja, mal so ein bisschen was zum Reden nehmen kann, falls noch was ganz Wichtiges ansteht, ähm, ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, war es das gewesen mit dem ersten Farming Part mal wieder seit langem und der Zukunft meines Dorfes, was ich dann so ein bisschen erklärt habe, wir sehen uns in dem nächsten Part von Clash of Clans, ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao Leute!